Er hat da reingeguckt, dann ist er dort reingegangen, ok ich nehme die Mitte. Au! Das muss weh getan haben. Ja, seid gegrüßt meine lieben Zwerge, Genome, Hobbits und Eggladen zu einem kleinen Webseitenvideo mal wieder. Ja, ich habe es bei jemandem ganz bestimmtes gesehen, ja, Paluten hat das letztens gespielt, also muss ich es natürlich auch mal spielen. Ja, jetzt bin ich dran, jetzt spiele ich auch Lucky Tower, ja, herzlich willkommen zu einem Part Lucky Tower, zum ersten Part Lucky Tower beim Zwergenforst. Hier sind immer noch zwei Instructions rechts im Turm und ich fürchte mal, ich muss hier mal runter. Okay, ähm, ja, jetzt müssen wir hier zwischen zwei, drei Türen wählen, ähm, ja. Wie man sieht, ist hier ein Smiley drauf, ähm, trotzdem nicht mal diese Tür hier. Okay, ich weiß nicht, ob man das jetzt gesehen hat, aber... Ja, dann sind wir wieder hier, ähm, welche Tür nehme ich wohl, ähm, ja, ich bin ein sehr nur hieriger Mensch und würde mal sagen, hier. Vorsichtig, 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 ähm, ja. Try again. Okay. Da bleibt uns ja wohl nur noch eine Tür übrig. Und weiter geht's. Okay, Autofokus. Drei Türen. Oh, das ist ein kleiner, freundlicher Mensch hier. Natürlich gehe ich ja mal hier rein. Gut, hier ist ein Herz drauf, gut. Probier ich mal das Herz hier. Das sieht doch gut aus. Wieder drei Türen, nächstes Mal sind sie nicht beschriftet. Ähm. Ohohohoho. Alter, hat's gleich den ganzen Ton weggeweckt. Pfff. Na ja, ähm. Hab ich gesagt. Mein Kurzzeitgedächtnis ist das Beste. Ihr wisst. Und mal runter hier. Und schauen weiter. Hm. Hm. Hier rechts. Nur hier geht's nicht weiter auch. Hier lang. Okay, das macht Sinn. Ähm. Oha. Da hat's wohl jemand nicht gut gemeint. Mit uns. Ich kann ihn hier irgendwie betätigen. Hier mit S. Und dann. Ja, aber. Kann ich dann hier irgendwie springen? Hm. Hüah. Das ist der Geh-Doch. Habe ich's geschafft. Dann weiter geht's. Hier ist jetzt der Weg frei. Okay. Oh, hier kann ich Sachen kaufen. Eine Axt. Ja, klar. Eine Axt. Komm. Zwergenfüchst um eine Axt. Hm. Na, nö. Hm. 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 Oh, das sieht doch am Besten aus. Eine Zipfelmünze hier. Nicht nochmal ansprechen. Runter hier. So, wieder richtig stylisch hier. Jetzt ist der Held hier richtig stylisch gekleidet. Oh, hier ist ein Smiley und auf den anderen Türen nicht. Hier ist ein Kratzer dran. Okay. Ähm. Nehmen wir erstmal die Tür. Die sieht gut aus. Ich mit meine Axt. Oh, das war schon die Tür. Okay. Und was wäre mit dem Smiley passiert? Na, was ist denn das hier? Okay, ja, mein Internet spackt ein bisschen. Diskret. Ganz diskret. Ähm. Da hat er reingeguckt, dann ist er dort reingegangen. Okay, ich nehme die Mitte. Au. Das muss weh getan haben. Jut. Gucken wir mal, wo der geblieben ist. Hoho, this guy's been hooked up. Auf jeden, ähm. Ne, Leute, ich habe jetzt keine Lust dort auf Gangs zu werden, wie mein Kumpel hier. Versuchen wir es mal hier. Also gehen wir mal hier rein. Vielleicht ist das hier der richtige Weg? Ja, das scheint der richtige Weg zu sein. Ähm. Spitzen Internet, wie ich hier natürlich habe. Schon wieder was kaufen? Ähm. Ach nö, ich behalte meine Axt. Ähm. Ne Mitte. Oh, ha. Hier die. Hier. In Jana Jones, der Typ hier. Wisst ihr, wen ich meine hier. Na klar, auch hier. Ein Gimli Schauspieler. Nehme ich mit. So ein Face. Sieht doch super aus. Gut. Und weiter hier. Oh, 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 oh. Stell mich mal in die Mitte. Oh. Kampf, 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 Kampf. Wow. Naja, das war wohl nix. Ein Satz mit X. Los. Geh sterben. 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 Du auch. Und, 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 weiter. Gut. Komm, 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 komm zu mir, komm. Komm zu Papi. So, dich auch noch, ja. Abgemurkst. Nee, das war der Falsche. Oh, man. Dann würde ich mal sagen, war es das für diesen kleinen Part. Im nächsten Part geht es weiter. Ja. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es wieder heißt, Lucky Tower mit dem Zwergenflugst. Ja. Dann würde ich mal sagen, geht diesem Video einen Daumen hoch, sollte es euch gefallen haben. Ja. Und, ja. Abonniert meinen Channel, falls ihr neu auf meiner Kanalseite seid. Und ja, kein weiteres Lucky Tower-Video mehr verpassen zu wollen. Ja, und dann. Habt noch einen angenehmen, fürstlichen Tag. Ähm, wie es weitergeht, wenn wir jetzt auf Trial Gang klicken. Das sehen wir uns jetzt im nächsten Part. Ähm, ja, dann. Habt noch einen angenehmen, fürstlichen Zeit. Bis dann und ciao, ciao. Adios. Haut rein. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Untertitelung des ZDF, 2020